Jo, herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe Hearthstone Battlegrounds. Ich habe mir gestern mal ein neues Spielzeug geleistet und zwar das Samsung Galaxy Tab S7 Plus mit Tastaturcover dazu und ja meine Bluetooth Maus und ja ich probiere das ganze jetzt einfach mal aus wie das hier alles so läuft und ja wie das so ist auf so einem geilen großen Tablet zu zocken und ihr seid live dabei. Jo, let's go. Hearthstone Battlegrounds, das Spiel habe ich früher extrem gesuchtet als das ganz neu raus kam. Jetzt habe ich bestimmt ein Jahr Pause gehabt also die Grundfunktion kenne ich noch aber ja der Beste bin ich jetzt nicht aber was nicht ist kann er noch werden nicht wahr? Und ja wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche krassen Fehler entdeckt dann gerne in die Kommentare schreiben und ich bin für alles dankbar. Hauptsächlich geht es aber hier um den Spaß am Spiel. So wen haben wir hier? Sky Cap'n Crack. Game one goals is turn increases each turn. Okay. Okay alles klar. Minion costs two gold. Refresh costs two gold. Gute Frage. Ich glaube ich nehme mal diesen Captain hier. Also wenn man anscheinend wenn man die Hero Power nicht benutzt kriegt man jede Runde ein Gold mehr. Bis man sie dann irgendwann einsetzt. Klingt erstmal ganz nett. Gerade fürs Endgame vielleicht. So, was spielen wir denn hier? Demon, Beasts oder Elementals? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube ich nehme mal hier Beasts. Zack. Ja. Also Hearthstone Battlegrounds hatte ich jetzt die letzten Tage schon ein paar Runden gespielt. Macht mir wieder extrem viel Spaß. Auch wenn ich nie extrem erfolgreich bin. Gewonnen habe ich schon ewig nicht mehr. Aber es geht ja auch nicht immer nur ums Gewinnen. Es geht ja auch nur um Spaß am Spiel wie gesagt. Auf jeden Fall sieht es alles hier sehr schick aus. Auf so einem großen Tablet. Macht echt Bock gerade. Das sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus hier. Ich mache mal ein Tier ab hier. Auch wenn wir jetzt aufs Maul kriegen werden. Aber egal. Scheiß drauf. Ja ja. Was ich momentan auch sehr gerne spiele ist zum Beispiel Teamfight Tactics. Dieses Auto Chess Game von Riot Games. Bockt extrem. Oh was ist denn das hier? Warum hat der keine Minions? Das ist ja nicht so geil aus. Ja. Danke. Ja komm wir nehmen mal den hier. Der ist immer ganz gut. Der geht eigentlich in jedem Deck oder in jedem, wie sagt man eigentlich dazu? Deck sage ich einfach mal. Da ist noch so einer. Ja. Ja dann freezen wir das mal. Ja Teamfight Tactics bockt mir extremst auch. Auch wenn ich auch da nicht sehr erfolgreich bin. Ähm. Da werde ich auch noch ein Gameplay zu machen mit meinem neuen Tablet. Weil ich einfach mal gucken will wie das auf dem neuen Tablet dann so aussieht und läuft. Da kommt auch noch definitiv ein Video zu. Na danke dass du meinen Biest zuerst getötet hast du kleiner Sack. So den schnappen wir uns. Was haben wir denn hier? Ähm. Game of Friendly Demon plus 2 plus 2. Eigentlich könnte man fast überlegen auf Demon zu gehen jetzt. Ähm. Ja. Pirates bringt mir jetzt so gar nichts. Ähm. Weißt du was? Ich freeze einfach mal. Vielleicht gehe ich auf Demon. Weil ich sehe jetzt habe ich zwei von denen hier. Das heißt ich könnte zweimal plus 2 plus 2 zu einem Demon geben. Was natürlich nicht schlecht ist. Gucken wir mal was die nächsten Runden so bringen. Okay kriegen wir ordentlich aufs Maul. Ja. Aber geht noch. Alles schick. Alles schick. So. 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 Ehm. Na nice. Also den nehmen wir uns. Den nehmen wir uns. Den nehmen wir uns. Dann bekommen wir eine 2ah Unit. haben wir hier pirat mich mich eigentlich alles nicht so geil aber ich nehme mal den letzten der hat immer gut hier ist was ich glaube alles nicht so geil alles nicht so geil irgendwie ach Mensch sehe ich schon die runde sieht nicht so geil aus ja 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 jetzt gibt mir mal was gutes hier Mech, Pirat, Biest es ist alles irgendwie kacke komm gib mir doch mal ein paar Demons hier das kann doch nicht sein das ist ja unglaublich unglaublich also so eine Scheißrunde hatte ich schon ewig nicht mehr und ich habe gerade einen riesen Fehler gemacht ich hätte die anders spielen sollen naja egal wie gesagt ich lerne noch dazu warum freeze ich jetzt eigentlich nicht da gar nicht oder? ne 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 ich freeze hier nicht ich versuche auf Mechs zu gehen oder Demon Beasts habe ich keinen bock drauf natürlich kriegen wir ordentlich aufs Maul jetzt naja was soll's natürlich trifft die Bombe den falschen ja also das wird eine kurze Runde das erzähl ich jetzt schon das wird eine sehr sehr kurze Runde aber ist wohl trotzdem hochgeladen weil man kann nicht immer gewinnen nicht ne so hier haben wir noch mal einen Demon das ist doch schon mal schön den nehmen wir uns doch gleich mal dann leveln wir mal ab und rollen mal ein bisschen hier ist noch ein Demon ich glaube jetzt nämlich mal die Hero Power dann kriegen wir noch mal schön Gold Mech nehm ich die Mech noch mit so wie spielt man das so so wie spielt man das so 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 beast beast mech ok der kommt noch weg und der kommt noch rein ja wahrscheinlich gehen wir wieder ordentlich aufs Maul aber das Board gefällt mir schon mal deutlich besser das könnten wir sogar schaffen ja das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus nice 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 also Mech und Demons brauchen wir hier ist nichts dabei was mir gefällt so Mech Magnetik den nehmen wir mal mit Give Your Demons plus eins plus eins ja herzlich willkommen So dann freezen wir mal. So welchen tue ich denn weg jetzt? Komm der kommt auch weg. Schauen wir mal ob das gut ist. Natürlich habe ich jetzt zu viel Gold übrig. Das ist ein bisschen schlecht. Egal. Ich will diesen Mac da haben. Okay sieht nicht so toll aus. Ne, das sieht nicht toll aus. Könnte unser Tod sein. In diesem Scheiß Divine Shield ey. So ein Dreck. Das wird wohl nicht. Aber ich glaube wir überleben noch. Vielleicht kriegen wir ja noch mal ein paar gute Karten. Neun Schaden. Ja, könnte jetzt gleich Ende sein. Mal überraschen lassen. So rollen, rollen, rollen heißt das jetzt. Demon. Eieieieiei. Nicht toll aus. Nicht toll aus dabei. Hat der das schon? Ne, der hat das. Dann kriegt der das noch. So. Rollen wir noch mal. Wieder nix tolles dabei. Ja, bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Gut wahrscheinlich Ende sein jetzt. Aber vielleicht schaffen wir es ja nicht letzter zu werden. Wäre ja schon mal ein Erfolgserlebnis. Ja, könnte man, könnte man es schaffen. Na, wir könnten das tatsächlich überleben. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Ah, ne. Oder? Doch, das werden wir schaffen. Nice. Na, was für eine geile Kombo ist das denn? Haha. Haha. Das ist ja böse. Also das ist mal richtig RNG. Also letztes Mal schon mal nicht. Das ist schon mal schön. Boah, super. Sogar zwei Leute sind ausgeschieden. Nice. So, jetzt gib mir mal was tolles hier. Ähm, level ich ab oder rolle ich jetzt? Äh, ich rolle. Zack. Zack. So, gib mir mal was tolles hier. Biest. 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 Meck. Aha. Summoner. Aha. Okay. So, gib mir mal ein bisschen was schönes hier. Meck schon wieder. Aha. Hier ist noch ein Meck. Meck. Ah, hier ist noch ein schöner Meck. 2 sogar. Ähm. Da freeze ich mal für. Ähm. Da freeze ich mal für. Ähm. Das war's leider. Egal. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Man lernt doch immer wieder was Neues dazu. Und schon wieder habe ich diese Medivh-Kombo hier. Ist das Medivh oder? Ne, Khadgar. Khadgar ist das. Und das ist die Hauptsache. Nur so kann man sich verbessern. Peng. Und welcher Platz sind wir geworden? Mal gucken. Na. Platz 6. Ja. Platz 6. Kein Rating. Egal. Scheiß drauf. Mir hat's auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Gut. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Und wenn ihr Tipps habt, dann können wir uns auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Dann gerne her damit. Freue ich mich. Wenn ich mich verbessern kann. Und ja. Wenn ihr Bock habt, abonniert diesen Mobile Gaming Kanal. Das kommt immer auf unterschiedliche Games. Und ja. Dann haut da rein. Und Tschüssi Kowski. Bis zum nächsten Mal.